Wer wie das ist, wer wie was ist, wieso ist halt neu, wer nicht achtet. Das haben tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Der Stiegel. Der Stiegel. So, das hat man gut. Das ist dumm. Oh, 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 Emmi! Du kommst genau richtig. Willst du mal was ganz, 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 ganz Spannendes sehen? Oh ja, was denn? Wasser. Wasser? Ich denke, es geht um was Spannendes. Ja, aber Wasser ist spannend. Mir ist aufgefallen, dass Wasser total wichtig ist und für ganz viele Sachen gebraucht wird. Ja, zum Beispiel zum Langweilen. Nein, Ebi. Wasser ist total toll. Mir fallen auf Anni bestimmt 20 Sachen ein. Och, was sag ich? Zehn. Zehn Sachen, die man mit Wasser machen kann? Nie im Leben. Da wette ich diesem Keks dagegen, dass dir keine zehn Sachen einfallen. Keks? Die will sie gilt. Na gut, dann fang mal an. Ich zähl mit. Also, als erstes kann man Wasser trinken. Ja, ja, das ist eins. Ja, und dann kann man, ähm, ähm, äh, man kann sich mit Wasser die Zähne putzen. Oh ja, stimmt. Das hatte ich vergessen. Das sind zwei. Und man kann sich die Hände waschen. Ja, du hast recht. Das sind drei Sachen. So, und dann kann man ja auch, ähm, ah, genau. Guck mal hier. Mit Wasser kann man die Blumen gießen. Na gut, vier. So, und dann kann man noch. Na? Ah, hi, hi, hi. Warte. Tati, tata, hier. Man kann mit Wasser Feuer löschen. Ach, daran hatte ich gar nicht gedacht. Fünf. Oh, ich weiß noch was. Komm mal mit. Haha, guck mal. An einem heißen Tag trinkt man gerne ein kühles Getränk. Das zählt nicht, Elmo. Trinken hatten wir schon. Ich weiß. Aber es geht ja auch um was ganz anderes. Aus Wasser kann man nämlich auch Eiswürfel machen. Wenn es ganz kalt wird, dann wird es nämlich fest und zu Eis. Na gut, das zählt. Jetzt sind es schon sechs Sachen. Das war es dann aber auch schon. Nein, Nebi. Mit meinem Getränk gehe ich nämlich gleich zur nächsten Sache. An den Strand. Im Wasser kann man nämlich auch prima planschen. Haha, das werden ja immer mehr Sachen. Jetzt sind es schon sieben. Und es werden sogar noch mehr. Beim Planschen im Meer ist mir nämlich noch was eingefallen. Oh, Moment. Ja? Hai. Hai. Ha, ein Hai? Haha, ich bin's doch nur, Ebi. Das ist nämlich das Nächste. Im Wasser kann man nämlich auch schwimmen. Haha, ja, hai. Und andere Fische machen das den ganzen Tag. Blub, blub, blub. Dann sind es schon acht Dinge. Haha. Und mit Wasser kann man auch kochen. Zum Beispiel eine leckere Suppe. Das sind jetzt neun. Hm, dann fehlt jetzt nur noch eins. Dann haben wir zehn. Ähm, mit Wasser kann man nämlich auch noch... Ja, 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 was denn? Äh, ähm, ähm, hatten wir schon Zähneputzen? Ja, ja, das hatten wir am Anfang schon. So. Na dann, ähm, dann vielleicht, dann vielleicht... Ich will doch nicht, ähm... Haha. Ich wusste es doch, Elmo. Dir fallen keine zehn Sachen ein. So viel kann man mit Wasser einfach nicht machen. Ich habe die Wette gewonnen. Oh nein. Oh, doch. Jetzt ist das Wasser auf dem Boden. Na ja, der muss eh mal wieder gewischt werden. Oh, Moment mal. Oh, das ist es. Mit Wasser kann man den Boden wischen. Das ist die Nummer zehn. Tatsächlich? Dann gehört der Keks doch dir. Hahaha. Oh, ähm, du, Abby, es gibt sogar noch eine elfte Sache, die man mit Wasser machen kann. Was denn? Einen matschigen Keksbrei. Oh. Hahaha. 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 Ah, Mann. Wie angenehm, zur Abwechslung mal Ruhe und Frieden zu haben. Ich kann hier einfach nur sitzen und ein gutes Buch lesen. Ah. Hey, Bert. Ah, Ernie, du hast mich furchtbar erschreckt. Oh, entschuldige, Bert. Ich wollte nur wissen, ob du dir mit mir zusammen vorstellst, dass wir beide schwimmen würden. Uns vorstellen, wir würden schwimmen? Ja, sieh mal. Ich habe in meiner Fantasie schon meine Schwimmflügel an. Und auch meine Fantasie-Schwimmbrille. Und ich bin auch schon, wupp, in meine Fantasie-Schwimmflossen gestiegen. Also komm schon, Bert, lass uns Spaß haben. Nein, nein, danke, Ernie. Aber ich bin mitten in einer super Geschichte. Tauben im Weltall. Ja. Diese Tauben haben eine Mission und sie wollen auf dem Mars landen. Oh, oh, und sie wollen, äh... Okay, ist schon gut, Bert, ist schon gut. Was auch immer, was auch immer. Wer zuerst da ist, platsch! Ernie, geht das nicht ein bisschen leiser? Ich kann dich beim Rücken schwimmen im Wasser nicht verstehen, Bert. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, guck mal, Bert. Ich schwimme wie ein Hund. Siehst du? Ja, ja, das ist süß, sehr niedlich, Ernie. Und hier kommt der Schmetterlingsstil. Ja, ja, Hundepaddel und Schmetterling, hab ich verstanden, ja. Äh, warte mal. Gibt es eigentlich auch irgendeinen Schwimmstil für Tauben? Wär ja traurig, wenn nicht. Aber ich könnte ja einen erfinden. Hey, Ernie, Ernie, weißt du was? Ich hab mich entschieden, bei diesem Fantasie-Schwimmen mitzumachen. Ich komme. Weißt du was? Ich glaube, ich habe für heute vom Fantasie-Schwimmen genug. Dann werde ich mir jetzt mal vorstellen, mich mit einem Handtuch abzutrocknen. Hey, guck mal, Ernie, ich schwimme gerade wie eine Taube. Ernie, sei doch bitte nicht so wild. Gurru, schwimm, schwimm, schwimm. Du spritzt hier mit deinem Hund und spritzt dir alles nass. Gurru, schwimm, schwimm, schwimm. Bert, du hast hier alles voll gespritzt. Sogar dein Buch ist schon klatschnass. Oh, Ernie, aber das ist unmöglich. Ich stelle mir doch nur vor, dass ich schwimme. Das ist alles nur in meiner Fantasie passiert. Ach ja? Dann musst du aber wirklich eine wunderbare Fantasie haben, Bert. Oh, das war eine Erstausgabe. Hallo. Ich kann das schon selbst. Ich freue mich auf Schwimmen. Ja, da gehen wir jetzt schwimmen, ne? Ich bin Merle und bin sechs Jahre alt. Heute gehe ich mit Reke ins Schwimmbad. Reke ist meine Nachbarin. Hallo. Ein Erwachsene, bitte. Und ein Kind. Für den Schwimmen braucht man eine Schwimmbrille. Das ist mein Lieblingsballeranzug. Und dann braucht man ein Bett zum Schwimmen. Blotzen. Und man braucht Taubbäne. Und man braucht ein Hand. Früher hatte ich Angst vor dem Wasser und jetzt nicht mehr. Erst habe ich Blubbern gelehrt. Mit dem Wasser kann man nicht atmen. Da blubbert man mit der Nase auf. Schwimmen kann ich schon allein. Mich muss niemand mehr festhalten. Ich habe ganz viel geübt und seitdem kann ich jetzt richtig gut schwimmen. Rika passt auf mich auf, dass nichts passiert. Ich mag gerne Rückenschwimmen. Ich kann Brustschwimmen. Ich kann Delfenballen schwimmen. Und ich kann an Brustschwimmen. Und ich kann an Brustschwimmen. Rika hat mir gezeigt, wie man einen Kopfsprung macht. Wälder, das hast du toll gemacht. Sehr gut. Man braucht auch Blasen zum Schiff, wenn man die Antikusen und die Netzwerke. Ein peinster Flanschen. Das ist schön. Unsere Geschichte spielt an einem sonnigen Samstagnachmittag, als unser Held Supergobi mal wieder über Stadt und Land fliegt. Auf- und Ausschau nach Menschen in Not hält. Oh je. Meine Pflanze hat lauter braune Blätter bekommen. Und die Blüte hängt ganz schlapp und traurig nach unten. Wenn ich doch nur wüsste, was ich dagegen tun kann. Aha. Was sehen meine Superheldenaugen dort unten? Das sieht aus wie jemand in Not. Keine Sorge. Supergobi ist auf dem Weg. Was ist denn das? Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist... Supergobi! Ganz genau. Supergobi! Hallo, kleines Mädchen. Wobei kann ich dir helfen? Na ja, weißt du, es geht um eine schöne Topfpflanze. Hä? Wo? Äh, na hier. Äh, na so schön sieht die aber nicht aus. Na ja, das ist ja das Problem. Letzte Woche war sie noch total schön. Die Blüte war nach oben gerichtet. Und die Blätter waren ganz grün. Aha, verstehe. Und du möchtest, dass die Blätter wieder grün sind? Ich, Supergobi, weiß genau, wie man das wieder hinbekommt. Oh, wie schön! Alles, was du brauchst, ist ein Pinsel und ein Eimer grüner Farbe. Wie bitte? Ja, toll, nicht wahr? Wir malen die Pflanze einfach wieder grün an. So, geh mal etwas beiseite, sonst kleckere ich dich noch voll. Aber nein, 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 Supergobi, das kannst du doch nicht machen. Eine Pflanze lebt doch. Die kann man nicht einfach anmalen. Äh, 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 das weiß ich natürlich. Der Farbton hätte auch gar nicht so gut zu dem Topf gepasst. Hm, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, dir Pflanze zu helfen. Ja, aber welche? Oh, ich muss gut nachdenken. Äh, 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 ich komm bestimmt gleich drauf. Äh. Es sind ja auch nicht nur die braunen Blätter. Sieh doch mal, wie müde sie die Blüte nach unten hängen lässt. Hm? Aha, da haben wir ja die Lösung. Die Pflanze ist einfach nur müde. Wir müssen sie wecken. Hä? Wir müssen was? Ja, am besten mit lauter Musik. So, schon geht's los. Liebe Pflanze im Topf, jetzt hoch mal mit dem Kopf. Schlaf nicht so lang im Bild, sonst kommst du überall zu spät. Du Supergroomi, das funktioniert doch auch nicht. Ja, das sehe ich. Die schläft immer noch. Vielleicht sollten wir die Musik noch lauter drehen. Oh, wow, 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 wow. Nein. Also ich denke nicht, dass wir mit der lauten Musik der Pflanze helfen können. Dann müssen wir wohl eine andere Lösung finden. Aber welche? Ich kann gar nicht richtig nachdenken. Von dem ganzen Gesing und Getanze bin ich ganz ausgetrocknet. Ich muss dringend mal einen Schluck Wasser trinken, dann fällt mir auch wieder was ein. Ja, 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 das ist es. Wasser. Ja, das habe ich doch gerade eben gesagt. Jawohl, man soll immer viel Wasser zu sich nehmen. Wie konnte ich das nur vergessen? Eine Pflanze braucht Wasser. Ja, Wasser ist gesund für jedes Nebewesen. Egal ob groß oder klein, egal ob Fisch oder Mensch oder Monster. Wasser brauchen alle. Gibt es hier nicht irgendwas zu trinken? Super, Grobi, sieh mal. Meiner Pflanze geht es schon wieder viel besser. Du hast mich auf die richtige Idee gebracht. So habe ich das? Ja, wunderbar. Und so hat Super Grobi wieder einmal ein Problem gelöst. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie. Na, hier, das Wasser. Ah, oh. Danke, kleines Mädchen. Auch Superhelden brauchen Wasser. Prost. Ja. Ja, das ist gut. Ich bin ja. Ich bin ja. Ah. 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 Hör auf damit, Pus. Oh, oh. 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 Schlüssel. Hä? Brrr. Mega Bus. Ha, ha, ha. Rann. Na komm, Pus. Was für ein schöner Tag heute, Pus. Leise, sonst beißen die Fische nicht an. Oje, Pus, was ist mit dir? Bist du etwa seekrank? Hier. Na komm her. Bye. Zack. Oh. 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 Oh.